Der Kurs schaut so gut aus. Ich glaube, der liegt mir ganz gut. Da sind jetzt nicht so krasse Wellen dabei, sondern nur so ein bisschen flachere. Das Schwierige dabei ist, dass die Kurven ziemlich soft sind. Vom Fahren her, dass die geschnittenen Schwünge schwierig sind, weil der Ski immer so schwimmt. Da bringen wir immer alle Elemente ein. Jetzt muss man einfach wissen, was man da so machen muss. Das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Da haben wir schon schwer reingehaut und so lange ist er auch nicht. Von dem her geht es ganz gut. Das ist mit Sicherheit schwierig. Bei so kleinen Kursen, wo die Sprünge echt nicht weit gehen, ist es dafür umso schwieriger, schnell zu sein. Also Fehler darf man sich darunter mit Sicherheit nicht leisten. Das wird alles extrem eng. Wenn die Geschwindigkeit jetzt nicht so hoch ist, können dann Sprünge zu kurz gehen. Woops. 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 Woops.